Oh, das ist aber sehr lieb von ihr, blöd Mann. Hm. Ingegengest doch, Moment, ich muss mal kurz was nachgucken. Options. Keybindings. Quickball. Partymember, bla bla bla. Ach so, mhm. Aha, mhm, mhm. Naja, okay, jetzt können wir auf jeden Fall auch mal einfach gehen. Ich finde das immer eigentlich lustig. Was Wesley based out of the Lothering, Chantry? I don't remember ever seeing you there. He served elsewhere. He was coming to find me at Ostagar. Were you familiar with every Templar and Lothering? How else was I supposed to know when to run and hide? Okay. What do you want? Money? I can pay you. All the gold in Thedas won't make the city any larger. Don't kill us that shit. Where are we supposed to go? I don't know, Sera, but there's nothing for you here. Let us through your flaming blighter. We're not staying in this pit. Then get back on your ship and leave. Kirkwall has no more room for refugees. The ship's already gone. We paid good coin to get here. You and half of Ferelden. There's nothing I can do. The city is full. Hmm. One of the guards said you were letting in people who have business in the city. That's right. We've seen you let lots of people through. Citizens and merchants that make it worth our while. I'll assume that you don't have any more coin than these gentlemen. We've been letting you Fereldons in for months. You're too late. There's no more room. But we have family here. Doesn't that mean anything? I've heard claims like that a thousand times already. Trust me. We'll find some ships to take you all back to Ferelden. Eventually. Until then, you stay here. Hmm. I'll say, wouldn't you rather we left? If you find our uncle, Gamlin Amel, you might just have a few less refugees bothering you. Gamlin? I know that name. He's a nobleman here in the city. Our family has an estate. A nobleman? The only Gamlin I know is a weasel who couldn't rub two coppers together. He comes back. I'll bring you to him. But I don't have time to... What? You gonna let them through? I didn't say anything about. We've been here for four days. They just got here. That's it. We're carving our way out of here. Men? Well, at least it's not boring. Men? So, then we'll have to look. Zip! Hu! Hey! Let's go ahead! Uh. I'm out. I'll do with you. Let's go ahead. Ah! rumliegen, ist hier irgendwas zu looten? Nö. Hm. Oh, der Gott, der hat Zopf wie ekelhaft. Leandra! Damn, Frau. Die Jahre sind nicht so nett zu dir. Gamelin! Ich sage, ich habe das nicht erwartet. Die Blight, dein Mann... ...mierde. Ich dachte, du wäre wohl Ferelden für Leben. Oh, Gamelin. Wir kamen zu früh. Mein Schmerz Karver hat es nicht geschafft. Er hat ihn geholfen. Oh, Mika, save me. Oh, genau. Oh, das ist die Estate. Es ist... ...er... ... 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 Übrigens sehr cool, das Zeichen von Hightown. Ich hatte mal überlegt, mir das tätowieren zu lassen. Ich glaube, das mache ich immer noch. Einfach nur, weil ich dann... Wie heißt es so schön? Ich wollte mir so einen Tattoo-Sleeve machen. Einen Arm im Anime-Manga-Style. Einen Arm im Gaming-Style. Und dann muss ich mal gucken. Wahrscheinlich noch ein Comic-Bein oder so. Das ist bestimmt ganz lustig. Was haben wir denn hier so feines? So, ich würde gerne... Ich glaube, ich würde... Ich nehme den Mirren. Obwohl ich mit dem Smuggler echt gut... Ja, warte, ich nehme den Schmuggler. Das habe ich zwar am Anfang weniger Geld, aber... Ich mag die irgendwie lieber. Ich weiß nicht, was er sagt uns über uns, aber er sagt uns sehr viel über dich. Er hat nichts gesagt über mich, hat er? Es ist genug, um unsere Interesse zu spüren. Obwohl du es so gut verletzt kannst, dass du dein Schmuggler verletzt kannst. Ich würde gerne wissen, was wir für dich machen würden. Ich kann ehrlich sein. Wir spielen nicht mit der Thiefs Guilden, aber wir halten unsere Fingern in viele Pots. Das heißt, wir sind nicht Killers oder Slavers. Anything short of that, however, ist fair game. Doe was du willst, aber das klingt so fischig für mich. Wir können nicht so sein, dass wir choosey sind. Ich höre, dass wir uns in die Stadt nicht gut sind. Wenn du so gut bist, wie dein Schmuggler sagt, wir hoffen, dass du es wert bist. Nachdem, es ist nicht jeden Tag, dass wir uns in Apostate-Service geboten sind. Es scheint, unser Schmuggler mag sprechen. Die Templars in Kirchwald like zu denken, dass sie alle Mages properly verletzt haben. Aber wenn das ist, dass das immer so ist? Wir können sie nicht auszureden, wenn du mit uns bist. Das wäre nicht das erste Mal. Wie warst du, dass du einen meiner Schmuggler seinst? Das ist das, was er mich nennt? Er hat uns das letzte große Idee gewonnen. Wenn du, dass du, dass wir, dass wir das noch nicht machen können. Sag mir, was du musst, Dunn. Es gibt ein Schmuggler, der Kavril, Freund von den Templars. Sie haben ihn, um seine kleine Schmugg hier in den Gallows zu stellen. Wir haben ihn in Rückkehr gegeben, aber er wird nicht bezahlt. We can't go near him without him screaming for the guard. But you can. Get our money from him and you're in. Okay, das wär das. Ich brauch mit Mirren, glaub ich, nicht reden. Nee, ich möchte nicht für den Mercenaries, glaub ich, abhängig sein. Wir machen das hier mit dem hier. So, und dann gucken wir mal. Da ist das Geld drin wahrscheinlich. Und jetzt reden wir mal mit dem hier. Ihr Geschäft ist fertig. Aber... Oh... Oh... Und dann, was kann ich für Sie, Sera? Ich glaube nicht. 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 Leute wie dich. Sie sahen. Sie sahen nicht sehr glücklich mit dem Geld du hast. Was soll ich machen? Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Klar, Sie sahen nicht mit dem Geld? Sie sahen, nicht zu viel Geld. Sie sahen nicht zu viel Geld. Ich glaube nicht. Sollte ich das Geld etwas hier? Aber was sie seitdem? Das waren nur zwei Sovereign. Das ist ja nix. So, und jetzt ist Miren nämlich hier weg. Der steht dann nimmer. Jo, und wir... Warte mal, ich kann ja noch mal mit dem reden, ne? Das ist so nett, ne? Naja, wir gehen jetzt zur Thendral und geben dort unsere Quester an. Yay! So. Wir haben ein bisschen Aufstieg und so, und dann verteilen wir jetzt hier zwei Dexterity und ein Cunning. So, und jetzt muss ich mal gucken. Boah, was will ich denn machen. Boah, was will ich denn machen. Äh, Explosive, das ist eigentlich ne gute Sache. Ja, ich mach erstmal hier in dem Bereich mit den, ne? Dual Weapon Geschissel. So, dann machen wir das so, und dann konfirmen wir das. Warte, wann kann ich das machen? Points required in Arcane. Zwei Stück. Okay. Ähm, ich nehm jetzt erstmal Cone of Cold. Und das nächste Mal hier wahrscheinlich. Strength und Constitution. Und das ist eigentlich immer ne gute Sache. Das hat jeder von denen, hat ein, ähm, ein Extra-Skill-Baum, der nur für die geht. Und den kann ich erst haben, unter, ähm, leveln quasi. Ne, kann ich gar nicht. Es ist, äh, ich weiß gar nicht mehr genau. Kann ich das erst leveln, wenn ich entweder Friendship oder Rivalry voll hab? Weiß ich nicht mehr genau. Aber ich, 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 es gibt halt da was, beides halt eben typische Sachen. Aber dann kriegen wir zumindest auf jeden Fall ne passive Ability dazu. Ansonsten würde ich jetzt wahrscheinlich Perception machen. The warrior maintains constant awareness of the battlefield. Immune to flanking. Das ist sehr gut. Das machen wir doch. So, und jetzt müssen wir mit unserem Ankel sprechen. Ich mach mal kurz den Hundi weg. So. Da ist nix mehr los. Desperate Refugee. Können wir mit der noch reden? Nein, können wir nicht. Schade, ich würde ja sonst Geld geben. So, wir müssen jetzt mit Gämlen reden. Wir müssen noch mehr für unsere Leben, wenn wir wirklich haben wollen. Wenn nur Carver war hier mit uns. Und Wesley. Well, wir sind auf zu einem fantastischen Start. Wir sehen uns, was diese Stadt hat in Ordnung. Yay! Boop, 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 boop! Wir sehen uns wieder. Wir sehen uns wieder. Boop. Boop. Boopniejsze dem. Do.